Ich bin gerade erst aus dem Mutterschaftsurlaub zurückgekehrt und es war ein Wirbelwind. Es ist nicht einfach, meinen Job und das Stillen unter einen Hut zu bekommen. Ich habe lange nach einem Zeitplan gesucht, der sich mit meinem Arbeitsalltag vereinbaren lässt und musste herausfinden, wo ich meine Milch im Büro aufbewahren kann. Jeder Tag ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Ich habe etwas entdeckt, das alles ein wenig einfacher macht und es wird aus meiner eigenen Muttermilch hergestellt. Ich fand die Idee toll, ein Stück meiner Stillzeit bei mir zu tragen, vor allem, da ich so viel Zeit ohne mein Baby verbringe. Und weißt du, was das Tolle daran ist? Es erinnert mich daran, warum sich all die harte Arbeit lohnt. Ich fragte mich, wie man wohl Schmuck aus Muttermilch herstellen kann und ob er wirklich lange hält. Aber nachdem ich mich über den Herstellungsprozess informiert und die Erfahrungsberichte anderer Mamas gelesen hatte, beschloss ich, es selbst auszuprobieren. Milkies hat eine sichere und einfache Methode entwickelt, um die Haltbarkeit deiner Milch zu gewährleisten. Und das Endergebnis? Ein atemberaubender, haltbarer Erinnerungsschmuck. Ich trage meine Milkies-Halskette jeden Tag. Sie ist eine kleine Erinnerung an meine Stärke und Liebe, direkt um meinen Hals. Wenn du eine Mama bist, die Arbeit und Stillen unter einen Hut bringen muss, kann ich dir nur empfehlen, es dir einmal anzusehen. Das ist ein Lieberiges, ich trage meine DER-SCHM. Um Ärger und Stillen.